Oh, retten sie alle Zivilisten, äh, nein, Raskin verhaften, even nada verhaften. Der Proteratik hat, da sagt man gar nichts. Okay. Soll ich abbrechen, Kamper? Nein, das schaffe ich in den zwei Minuten. Teerstrot für Attitür, Irgendes habe ich eh nicht so oft verwendet. Eine Gasmaske haben wir ja nicht automatisch mit, gell? Nein, die muss man erst fresh-hacken, glaube ich, ja. Wenn ich aber die Gasmaske nehmen, kann ich meine Nachtsichtgerät nicht nehmen. Was? So. Na dann sag an, Leder. Bin ich jetzt? Ich glaube schon. Hast du dich zuerst selbst in den Tod geführt? Ja, eben. Und jetzt bist du wieder dran, oder? Warte, jetzt ist mal wieder eine Frage eigentlich. Ja, eben. Ach so, ja. Gehen wir rechts oder links? Ja. In der Challenge habe ich mich in den Tod geführt. Ja, passt dann. Übernehme ich. So. Boah. Oh, sieht das aber nicht so schlecht aus. Ja, gut. Schaut geil aus. Ja. Ich sag mal, wir gehen da links durch die Garage, aber wenn du uns... Ah, da ist die Tür auf, gehen rechts. Weil du deine Tür aufgeholt hast. Hast du ihn? Nein. Aber er hat mich... Beide Hände schon rot. Okay, dann gehen wir schnell in die Garage rein, würde ich sagen. Boah, ich muss da vorbei noch. Scheiße, Alter. Ich bin hier, wo ich bin. Hände auf, auf deine Knie. Hände auf, auf deine Knie. Wir werden dich wegziehen. Ich habe zwei Tür. Ja, ich will die dann eben gleich. Gut. Soll ich durchschauen? Vorsicht, wer haben... Ich hasse mal hoch. S restoring. Guck mal Geschmack. Wolldart. Bleiben sie bei der Sache! Konzentriert. Ich habe ihn nicht erwischt. Geh dich auch an dich. Das ist vorhin glatt, ich sehe da schon. Da reingehe nochmal. Machen wir jetzt so hinter uns? Schrot, schrot, schrot. Ich blende mal ran. Oida! Ich sehe gar nichts jetzt. Was wird das jetzt? Die schießen da mit Schrot finden. Hinter der Tür ist noch einer. Janne, gib auf. Ich habe ihn, hinter der Tür. Nehmen wir hier fest. Oh, da ist noch einer. Ja. Noch habe ich aber auch. Sehr schön. Kommt aber noch einer. Da sind da Schritte. War einer. Was ist denn das von der Waubefahrende? Wir sind rechts ran. Wir müssen halt aufpassen. Wir dürfen nicht jeden killen. Oder mal ran durch die Tür. Wir kommen da ab. Die haben alle. Die meisten haben halt Schrot finden. Da müssen wir wirklich aufpassen. Ich sehe nichts. Der Raum ist aber sehr groß. Okay. Rein mit uns? Ja. Auf einmal. Weiter. Okay. Ach du sehe ich halt nichts. Dann hättest du ganz öffnen müssen. Gut. Da kann ich gleich reingehen. Du kannst ja von der Seite ganz aufmachen. Schau. Schau. Zack. Stimmt. Sollst du denn eine Tür daneben? Weißt du? Da habe ich durchgeschaut. Das ist glaube ich. Mit dem Schrot. Beweise. So meinte ich das eben. Dass wir uns so abdecken. Weißt du? Dass einer die Tür öffnen und der eine schon mit der Waffe bereitsteht zu schießen. Ja. Hast du da einen Garten? In der Maier ist es irgendwo? Ich habe nur entfahren und vollen Willi gehört. Okay. Da haben wir eine Runde gemacht. Wir müssen irgendwo... Da rechts glaube ich haben wir nicht, oder? Da war ein Mannagern, oder? Komm. Ich habe von der Grille genau auf die Wester. Gott sei Dank gekommen. Das könnte einer gewesen sein von drinnen. Schaut aber alles aus. Stimmt. Noch haben wir sie nicht gefunden. Da ist eine Tür zu. Ich schau mal herunter. Das ist ein Buschmensch. Buschmensch? Ja, schon was für ein Mensch. Naja. Stimmt. Ja, schau mal herunter. Clear. Okay, ich öffne. Warte. Jetzt. Fast. So. Ich habe mir doch gesagt, du öffnest. Hey, aber ich dachte, die Tür ist zu. Ich wollte die Tür öffnen. Achso, das habe ich nicht geschaut. Sorry. Gartenzaun. Marschdwarzaun. Hier rechts. Ich höre links. Ich höre links was. Ja, ich höre links fix was. Dann gehen wir links weiter gleich. Nicht gleich wieder rein gehen, Dingo. Ja. Da tockt einer, glaube ich. Da tockt einer, glaube ich. Get down! I wanna see hands! Deine Statue anzahmen. Gleich machen wir uns einmal an. Dort sitzt, ist keine Statue, glaube ich. Ah ja, oh ja. Ich höre aus diesem Haus, höre ich was. Ich frage mich jetzt bitte nicht von wo. Von unten vielleicht. Ach, da geht es runter. Das habe ich schon nicht einmal gesehen. Danke. Ich glaube links von uns ist was. Ja. Ich glaube links von uns ist was. Ja. Ich glaube links von uns ist was. Oh, ich habe gerade nachgeladen. Warte, ich gehe rein. Ich gehe nicht rein. Ja, weil rechts ist auch noch der. Ich glaube links von uns ist was. Ich bin drüber. Ja, ich mache jetzt mal. Ich bin drüber. Hä? Wie ist das? Ich habe jetzt mal gehört. Die Bedeutung war. Okay, Eva Nader haben wir aber nicht verhaftet. Was? Eva Nader haben wir nicht verhaftet. Das ist sicher jetzt einer von da unten. Elayne Raskin schon. Ah nein, warte mal. Durchgestrichen heißt. Okay, das ist durchgestrichen. Das heißt, wir haben sich verhaftet. Sorry. Weißt du, wir haben beide verhaftet? Nein, eine. Wow. Diese Schrot, die sind halt Hammer. Ja. Ein letzter Anlauf noch. Passt. Das heißt aber, das war eine Zivilistin. Oh nein, das könnte in einem großen Raum gewesen sein, die wir verhaftet haben. Ich habe jetzt nicht so genau geschaut, wie ich ehrlich bin. War das alles Verdächtige, oder? Nein, steht nur Verhafte. Ich habe gerade noch überlegt, ob ich eben die Nachtsichtmaske weggebe, anstatt eine Gasmaske mache. Und dann bin ich im dunklen Kälte da unten. Gott sei Dank habe ich es nicht gemacht, weil sonst habe ich jetzt gar nichts gesehen. Die Tür ist halt gefährlich da links, äh, rechts. Jetzt ist es wieder zu, oder war? Gleichen wir uns mal vorbei. Du fühlst gar nicht die Tür offen, oder war die auch schon offen? Die war offen. Ich glaube, die geht gar nicht zu. Okay. Woher? Was sind Schill? Was ich gemacht hat? Hör es jetzt! 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 Ich habe dich für unsere Sicherheit! Hör es jetzt! Hör es jetzt! Dann werde ich wieder sehen. Ich schau mal durch. Alles klar. Wie machst du die Tür immer ganz offen? Einfach in der Mitte drücken? Ja, in der Mitte. Aber unten ist wirklich gefährlich. Steht einer ums Eck? Jetzt hat mir deinen Kopfschuss eliminiert. Gehen wir da rein? 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 Element Atok. Kavillionen und bereit für Transport. Das ist Atok. Heute hätte es wohl Hase gegeben. Zum Mittag. Ich glaube, da kannst du richtig gehen. Ich habe gesehen, dass die Und dann gehen wir da rein. Und dann gehen wir da rein. Und dann. Das sieht man durch. Ja, da habe ich jetzt gesehen, dass die aufgeregt. 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 Irgendwas habe ich jetzt noch gehört. Nehmen wir sie mal fest. Ja. Nein, 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 nein. Warte, ich schau eine Blend-Garnate hin. Geht schon, ich könnte auch. Dann verschwinden wir nicht eine. Holger doch? Ja, genau deswegen. Der hat jetzt nicht gleich gehofft. Ja, wirft er nicht. Er zieht einen Stöppel raus. Und dann wirft er. Alter. Das muss ich sagen. Ich hätte das nicht mitmachen lassen. Das wäre... Ja. Sorry. Sch- 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 Hans. Sch- 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 Sie sind allein für eine Reise, act within them. Get your hands up! Die sind doch voll aggressiv, oder? Die pushen dich gleich und... Ja. Nur ums Eingang haben wir nur die zwei gesehen, oder? So, da ist der Safe wieder. Sie sehen, da ist das Video genauso eng, da ist ein harter Beschuss im engsten Raum dafür jetzt wieder. Ja. Ja, ich habe es gerade gesehen.